Auf diesen Moment haben viele Fans gewartet. Seit knapp zwei Jahren ist Mark Terensi, 43, an die Fashion-Expertin Vivian Eret-Kleinau vergeben. Am Anfang ihrer Beziehung zeigten die beiden auch stolz in der Öffentlichkeit, wie glücklich sie miteinander sind und ließen sich regelmäßig zusammen auf Events blicken oder teilten gemeinsame Schnappschüsse im Netz. Im vergangenen Jahr waren sie sogar zusammen im TV zu sehen. Seitdem wurden sie jedoch nicht mehr als Paar gesichtet. Jetzt waren Mark und Vivian aber wieder gemeinsam auf einem Event. Am Donnerstag besuchten der 43-Jährige und seine Liebste die Eröffnung einer Boutique in Berlin. Auf mehreren Fotos der Veranstaltung posieren sie zusammen und haben dabei stets ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Während Mark sich für einen Look ganz in weiß entschied, trug Vivian ein schwarzes Oberteil mit einem schwarz-weiß gemusterten Maxi-Rock. Auf Instagram fehlt von gemeinsamen Aufnahmen allerdings jede Spur. Mark teilte in seiner Story lediglich Videos von der Veranstaltung, in denen er sein Aufeinandertreffen mit der einstigen Popstars-Gewinnerin Gabi, 32, dokumentiert. Vivian gab ihren Followern dagegen nur Einblicke in die Location. Ein gemeinsames Foto hatte das Paar zuletzt Mitte September 2020 gepostet. Jochen macht den Ballfeld im Gesicht. Drei Mal wiederream. Drei Mal wiederream. Und dann bis es sie sehen. Drei Mal wiederream. Drei Mal wiederream. Drei Mal wiederream. Untertitelung des ZDF, 2020